Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Freude machen, selber backen, das ist ein Motto, das gut in die Jahreszeit reinpasst, wenn die Tage wieder etwas länger werden. Und meiner Meinung nach kann man nicht früh genug anfangen mit dem Gutzeln. Falls Sie jetzt aber selber schon längere Zeit nicht mehr gutzelt haben, habe ich Ihnen noch ein paar wichtige Tipps. Beim Nussteig, wie zum Beispiel bei den Makrönen, Zimertsternen und Brunzli, legen Sie das Blech am besten mit einem Backtrennpapier aus. So bleibt es nicht kleben. Damit Tänisbrötchen schöne, hohe Füsse bekommen, decken Sie es auf einem gut eingefetteten Blech mit einem Tuch oder einer Folie zu und dann 24 Stunden ruhen lassen. Glasure für die Mailänderli sollte man nicht nur mit dem Eigel, sondern mit dem ganzen Ei machen. So blättert dann die Glasure nicht ab. Und wenn man jetzt noch eine Preise Zucker drin gibt, dann gibt es noch einen schönen Glanz. Vielleicht haben Sie jetzt aber eine spezielle Vorliebe für die feinen Spitzbuben. Da habe ich Ihnen auch noch einen Hinweis. Tönen Sie es doch auf dem umgekehrten Kuchenblech backen. So passiert es Ihnen nämlich nicht, dass der zarte Mürbeteig verbricht beim Ausenähen. Das gibt es eben sonst gerne am Rand. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch viel Vergnügen beim Backen. Übrigens verschiedene von diesen Zutaten gibt es jetzt bei GOB besonders günstig. Greifen Sie also zu. Es geht gleich weiter mit günstigen Angeboten. Und zwar offeriert Ihnen GOB jetzt verschiedene Haushaltgeräte zu Sonderpreisen. Der Satrap Raglogrill, die Satrap Fritteuse, der Satrap Kaffeemat Compact 10 und die stufenlos einstellbare Kaffeemühle Satrap Molina. Auf all diese Satrap Geräte gibt Ihnen GOB zwei Jahre Garantie. Und weil es schon bald wieder so weit ist, das wären doch gerade ein paar Geschenkideen gewesen. So wie Pan, das ist ein kernig, schmackhaftes Brot, das Sie jetzt neu in allen GOB-Läden kaufen können. Es ist eine echte Bereicherung für alle, die auf eine gesunde Ernährung schauen und ein herzhaftes Brot schätzen. Auch fürs Wohlbefinden Ihrem Baby ist eine ausgewogene Ernährung neben viel aufmerksamer Pflege das Wichtigste. GOB offeriert Ihnen die besten Produkte der bekanntesten Marken, wie zum Beispiel Galactina. Bereits vom dritten Monat an gibt es von Galactina fixfertig ausgewogene Mahlzeiten für eine vollwertige Ernährung von Ihrem Buschi und bei GOB natürlich alles zu familienfreundlichen Preisen. So, und jetzt bitte ich Sie noch um die Aufmerksamkeit für das GOB-Rezept dieser Woche. Gefüllte Avocado sind immer beliebte Vorspeisse. Ich zeige Ihnen heute einen Avocado-Cocktail. Die Avocado aus der Schale lösen und in Würfel schneiden. eine Blumenkohl in Rösel teilen, im Salzwasser al dente kochen und abkühlen lassen. eine Gräbfurt schellen und ebenfalls in Würfel schneiden. Jetzt kommt die Sauce daran. Es braucht dazu Mayonnaise, sauren Halbrahm, Salz und Pfeffer und eine Messerspitze Curry. Alle Zutaten sorgfältig miteinander mischen, in schöne Gläser füllen und mit einem Tomatenschnitz garnieren. Das Rezept, das wissen Sie, steht in der Coop-Zeitung dieser Woche und morgen den ganzen Tag im Teletext, Seite 270. Einen guten. Soviel für heute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, Sie haben noch Zeit für die Sonderangebote, die wir Ihnen gerade zeigen. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Kuchenteig 250 Gramm statt 1 Franken nur 80 Graben und 500 Gramm statt 1,90 nur 1,50. Blätterteig 250 Gramm statt 1,10 nur 90 Graben und 500 Gramm statt 2,10 nur 1,70. Coop Magerquag 250 Gramm statt 90 Graben nur 70 Graben. Coop Rahmquag 150 Gramm statt 1,25 nur 1,5. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein Butterzopf an 650 Gramm statt 4 Franken nur 3,20. Jonathan Apfel Klasse 1 Schale per Kilo 1,70. Tragtasche an 2,5 Kilo nur 4 Franken. Auf Wiedersehen.